Mein Name ist Uwe Kahl, ich bin Studienleiter des CAS Re-Insurance Management und der ZHW School of Management and Law. Dieser CAS ist ein europaweit einzigartiges Weiterbildungsprogramm im Bereich Rückversicherung. Da bietet Fachpersonen der Versicherung die Möglichkeit, sich intensiv mit den aktuellen Entwicklungen der Rückversicherung und ihres Umfelds auseinanderzusetzen. Im Fokus stehen die Top-Themen der Branche, die von und in Zusammenarbeit mit führenden Expertinnen und Experten aus der Praxis präsentiert und in Simulationsspielen vertieft werden. Im Fokus dieses Kurses stehen drei Bereiche, die zentral sind für das erfolgreiche Management von Rückversicherungsunternehmen. Die gegenwärtigen Herausforderungen, etwa der Klimawandel mit seinen Wetterrisiken, die Covid-Pandemie oder die Zunahme von Cyberattacken. Die digitale Transformation mit den Chancen, aber auch Risiken, die sich für Kundenbeziehungen und Arbeitsprozesse daraus ergeben. Und die neuesten Entwicklungen im Rückversicherungsgeschäft wie Risikomanagement, Regulierung und alternativer Risikotransfer. Der Kurs richtet sich an ambitionierte Fach- und Führungskräfte in Ers- und Rückversicherungsgesellschaften, sowie an Mitarbeitende bei Procon, Banken und Consultants. Die Teilnehmenden sollten, müssen aber nicht über einen Hochschulabschluss verfügen und einige Jahre Branchenerfahrung mitbringen. Was nehmen Sie mit? Sie erhalten in komprimierter Form einen umfassenden und tiefen Einblick in die Top-Themen der Rückversicherung, vermittelt und begleitet von Expertinnen und Experten aus der Praxis. Damit erweitern Sie Ihre Fach- und Managementkompetenzen und erhöhen schließlich Ihren Merkwert. Der CAS umfasst zwei Module. Im ersten Modul werden die wichtigsten aktuellen Geschäftsthemen wie Strategie, Governance, Branchen und Kunden behandelt. Das zweite Modul beschäftigt sich mit Risiko- und Technologiethemen wie Risikomanagement, Digitalisierung und den zukünftig erforderlichen Skills. Der Kurs dauert rund drei Monate und findet in der Regel alle zwei Wochen statt, jeweils Donnerstagnachmittag, weiter ganztags und Samstagmorgen. Die Unterrichtsprache ist Englisch. Der Unterricht erfolgt in hybrider Form, das heißt sowohl online als auch vor Ort in Winterthur oder Zürich. Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ich würde mich freuen, Sie bald im CAS-Sinnenschwanzmanagement persönlich zu begrüßen.